So, herzlich willkommen meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu die nächste Folge von Crea. Crea-T. Nein. Von Crea. So, ich muss erstmal wieder reinkommen, aber ich glaube, ich weiß noch ungefähr wie es geht. Wobei ich gar nicht weiß, wie ich in mein Charaktermenü komme. Das ist das Inventory. Equipment auf R. R wie Equipment. Ist ja logisch, ne? So, Waffen. Habe ich Bonesword. Hierfür brauche ich Leather und Iron. Wie stelle ich denn Leather her? Leather stelle ich her aus Wood. Ich habe kein Wood. Ernsthaft? Ich habe kein Wood. Okay. Dann werden wir uns ein paar... Die Crea-Box. Da müssten noch ein paar Samen drin sein, oder? Ne. Seht ihr keine Samen in der Crea-Box drin? Special-Box. Metal-Box. Äh... Landed Blossom. Euclod. Wolle. Ja, ja, ja. Wo sind denn diese Samen? Fighting-Box? Macht wenig Sinn. Äh... Special-Box. Fighting-Box. Crea-Box. Äh? In der Metal-Box werden sie definitiv nicht sein. Ähm... Wäre ich die hier oben drin? Ach, hier sind sie drin. Ah, ja. Ähm... Zebra-Seed. Kann ich auch eine Hälfte nehmen? Ja, okay. Ich nehme alle. Scheiß drauf. Ähm... Genau das wollte ich. So, dann machen wir hier erstmal ein bisschen was weg. Zebra-Tree. Und werden auch gleich wieder was anbauen. Diese Kristalle. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, für was sie gut sind. Sevener. So. Einmal Zebra. Einmal Zebra. Einmal Zebra. Und... Ah! Da machen wir auch noch eine Zebra hin. Am liebsten durch das hier zubauen. Also, nicht zubauen, aber einebenen. Ähm... Haben wir... Äh... Drag. Clay haben wir. Ah, okay. Dirt haben wir auf der vier. Äh... Allzu gebaut hier. Hier kommt ein Parkplatz oder sowas hin. So, hallo. Wann ich hier nicht bauen? Äh... Greife ich das ein bisschen viel eigentlich an? Oh ja. Äh... Puh, wie konnte ich ihn auf die Waffe wechseln? Äh... Auf Q? Nein, auf... Auf W? Auf W? Ha! Und Bots. Was kriege ich denn? Eine... Eine Silver Key und ein Ring of Curiosity... 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 Äh... Der... Curiosity... Keine Ahnung. Curiosity... Ich kann's echt nicht aussprechen. Ich weiß, dass es Neugierder auf Deutsch heißt. Ich kann aber... Curiosity... Curiosity... Ich bin so ein Bob. Neugierigkeit. So, wir bauen hier erstmal weit... Weiter unsere Baumfarm wieder an. Äh... Knallen wir uns noch... Ein paar Bäume weg, würde ich sagen. Da hinten ist doch ein richtig dicker Baum. Da wo das Schaf gerade ist. Ja, ich lasse es dir auch weiter. So... Äh... Machen wir noch... Welche Camper? Und da einen hin... Und meinetwegen hier. So... Ich brauche deine Bolle. Alter... Okay... Gut... Dann... Wollen wir mal wieder nach Hause. Bisschen was gesammelt... Oh... Was macht ihr denn schon wieder auf meinem Dach? Ich muss hier echt was gegen die Plagegeister hier oben tun. So... So... Give me your oil clod. Gut... Dann... Was wollte ich machen? Ich wollte Leder herstellen. Okay... Leder... Jetzt haben wir alles... Und ich kann es trotzdem nicht herstellen. Warum? Weil ich das am Tanning Rack machen muss. Alles klar. So... Okay... Warum kann ich das nicht machen? Nicht collecten? Nein... Ich möchte das nicht collecten. Ich möchte das benutzen. Tanning Rack. Wine, Oil und Cloth. Da habe ich doch alles. Ach... Das Tanning Rack muss in der Nähe stehen. Oh Gott. Na gut. Also ich würde den Tanning Rack prinzipiell nach draußen stellen. Weil das glaube ich ziemlich derbe stinken wird. Das Teil. Aber okay. Der Meister möchte es in der Nähe haben. Also kriegt das in die Nähe. Ähm... So... Was wollte ich das jetzt machen? Bronze braucht Bronze. Das braucht alles Bronze. Das braucht alles Bronze. Wobei wir das sogar schon haben. Ein Sturdy Shield. Leder. Carapace. Äh... Okay. Was wollte ich denn jetzt machen? Aus dem Leder. Ich weiß es ehrlich gesagt schon wieder nicht mehr. Ach, ich bin so verwirrt. Naja gut. Gehen wir mal hier durch. Also, für Sile Chamber. Bei Concentrating Sile Energy, the Sile Chamber, Essential Energy Craft mit Magical... Okay, ich kann irgendeinen Ofen herstellen, glaube ich. Successory Sile Chamber. Learn Sile Chamber. Okay, kann ich die hier irgendwo herstellen? Da, Stations. Eine Sile Chamber braucht Copperohr. Ach, ärgerlich haben wir nicht. So, was haben wir denn noch? Basic Engineering. Ja. Bronzshaping. Brauchen wir einen Ingot? Kann man auch nicht herstellen. Alter, what? Ruby Shard, Diamond Sharp, Safe Sapphire Shard. Ironing Blacksmithing. Ein Fang und... Gut, Leder können wir herstellen. Candle. Alchemie. Gut, für Silber brauchen wir Silber. Trainee Weaponry. Global Bronze. Leder für... Bessere Pfeile und so weiter. Ah, ich brauche unbedingt, äh, Clothes. Für... Ähm... Äh, für Möbel. So, einmal Paper herstellen. Äh, Clothes herstellen. Paper können wir eigentlich auch mal machen. Vielleicht kriegen wir da die nächste. Also, Wood, Carpentry, Research. Stone Mecenary, Research. Wood Carpentry 3, Research. Monocon, Lumber, Research. Healer Outfit, Research. So, jetzt haben wir eigentlich's erforscht. Unter anderem auch Möbel und Outfits. Also, Monocon können wir herstellen. Also, quasi so eine kleine Puppe. Können wir eigentlich mal eine machen. Können wir uns ja mal... Healer Outfit. Achso, so laufe ich dann als Healer rum oder so. Ne. Aber ehrlich gesagt, kein Bock. Äh, können wir uns ja mal so ein Monocon einfach hier oben hinstellen. Kann ich das drehen? Flip Item nach oben. Äh, was ist denn nach oben? Pfeil nach oben. Dicken Pfeil nach oben. Das hier. Alles klar. So, Interact. Ah, okay. Das ist natürlich sehr geil. Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser. Sorry. So, ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. Ähm, das ist natürlich sehr geil. Dass ich einfach hier ein Outfit drauf packen kann. Und dann mit einem Klick quasi das Outfit komplett übernehme. Das finde ich eine sehr gute Idee. Cool. So, was haben wir noch? Home. Ja, wir haben ganz viel. Large Blue Stone Brick. Da haben wir ein paar Stone Bricks. Fireplace Brick. Wood Fence. Auch geil. Wir kriegen davon Sechse. Wir machen uns mal 18. Äh, wo ist er? Da ist er. Wir setzen ihn auf die 7. Oh, erstmal nicht mehr die 7. So, oh ja. Machen wir uns mal ganz kurz. Interact. Äh, die 7. Und zwar in den Hintergrund. So, das habe ich, glaube ich, auch in Äh, nicht Stardew Valley, sondern in Äh, Starbound immer so gemacht, dass ich die Zäune quasi in den Hintergrund gepackt habe. Die sehen ein bisschen kümmerlich aus, muss ich zugeben. Kann man die nicht ein bisschen höher bauen? Wir bauen mal beide zwei hier ab. So, was wäre ich die, äh, quasi Stacker? Ja, das sieht doch schon eher nach einem Zaun aus. So, ganz kurz hier. Hallo? Arbeiter! Ist das blöd? Soll es doch nicht bauen, soll es abbauen. Im Hintergrund, bitte. Warum kann ich denn den Hintergrund nicht abbauen, wenn der Baum im Weg ist? Ei, ei, ei. Jetzt? Also, bei dem geht's. Strange. Sehr, sehr komisch. So, hier habe ich irgendeinen Samen bekommen. Hallo? Danke. Und die sieben. Ja, einzeln machen. So, das sieht doch schon eher nach einem Zaun aus. Etwas stattlichere Größe als das, was ich vorher hatte. So, gut. Das können wir auf jeden Fall so ein bisschen weiterziehen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Doors. Eine Stone Door. Na, die passt hier nicht rein. Ja, Bett müssen wir auf jeden Fall machen. Nightstand. Was brauche ich denn für ein Bett? Clothes und Marshmallow Seats. Ich habe sogar einen. Okay, ein Marshmallow Seat. Wo auch immer der herkommt. Potten. Fireplace. Okay, wir machen mal ein Fireplace. Äh, würde ja so prinzipiell hier gen Küche ganz gut passen. Hier zum Beispiel so ein Fireplace hingebaut. Interact. Okay, kann ich nichts mitmachen. Kann ich da so einen Hintergrund bauen? Okay, da kann ich nur drehen. Ne, einen Hintergrund kann ich nicht bauen. Okay. Auf, so. Danke. Äh, wir packen den einfach mal hier hin. Ist ja egal. Können wir ja später mal noch umbauen. Komm ich da nicht vorbei jetzt? Ja. Ist ja nur ein Deko-Item. Dicker, komm mal runter. So, danke. Diese Monster, die gehen mir echt ein bisschen auf den Schnürsenkel. Okay. Ähm, dann haben wir noch, äh, Teapot. Ja, gut. Das können wir einfach hier ganz entspannt oben als Deko draufstellen. So ein Teapot. Ähm. Ein Bookshelf, auch geil. Eine Bookshelf, äh, würde ich am liebsten eigentlich in die Ecke bauen. Pass mal auf. So, Bookshelf kommt in die Ecke. Hallo? Ja, gut, okay. Einfach nur verschiedene Sachen. Und davor kommt so Monika. Ähm, ich würde sehr gerne Fenster machen, aber Fenster gibt's irgendwie nicht. Kann ich Glas herstellen? Also ich kann, ja klar, hier vorne Glas herstellen irgendwo. Ähm, wie konnte ich denn Glas machen? War das nur hier an der Workstation möglich? äh,我case screen? Äh, äh, Empty Bottle braucht Glas. Und Glas kriege ich normalerweise immer aus Sand. Äh, hier Glas, Alchemie. Ähm, genau, aus Sand. Wir machen uns mal ganz kurz, weiß ich nicht, 24 Glas. Kann ich Glas auch quasi zum Bauen benutzen? Nein, kann ich nicht. Hm, kann ich aus dem Glas nicht irgendeinen Glasblock machen? Obviously not. Muss ich das erst erforschen? Wahrscheinlich, ne? Kartografie-Outfit. Klos und Leder. Gut, die Outfits sind erstmal egal. Basic Engineering? Ne, kann man nicht machen. Dafür müssen wir unter die Erde, dafür müssen wir unter die Erde. Iron, Leather and Fang. Lanterns. Candle und Ghost Shell? Kenn ich auch noch nicht. Ähm, okay, was? Style Core. Alchemie, warum mal Refined Leather und Baneberry? Ich sollte vielleicht mal ein bisschen über die Karte laufen. Trainee Weaponry? Glowball? Auch keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Und, ja gut, hier brauchen wir ein bisschen Leder für Wood Arrow Construction. Das machen wir einfach mal schnell noch. Einmal Leder bitte herstellen. Und die Wood Arrow-Ding. So, dann hier einmal Ammo. Ja, Stone, Stone, Stone. Quiver. Gut, okay, dann würde ich sagen, ziehen wir mal los. Wir knallen uns mal den Heiltrank rein und machen uns nochmal einen. Äh, Tonic Ampulo, ne? Genau. Kann ich eigentlich noch Ampullos herstellen? Empty Bottle. Ampulle. Die kriege ich aus Bronze-Ingots. Ah, schade, okay. Müssen wir jetzt Bronze sammeln. Gut, dann, ähm, gehen wir mal ein bisschen auf Reisen. Gucken wir uns mal an, was die Welt uns sonst noch so zu bieten hat. Außer Schafe. So, die greifen mich ja nicht an, die Viecher. Also, ja gut, die hier schon. Ja, wunderbar. Jetzt habe ich sie genau getriggert. Ach, der wird halt da. Ah, ich bin zu klein. Ah, gut, das hat noch gerade so gepasst. So, moin, ihr Kleinen. Mistviecher. So. Warum greift ihr mich denn eigentlich an? Ich habe euch eigentlich nichts getan. Polished Fang of Deceit. Seat. Okay. Das Gute ist, dass ich mir einfach immer... Ich kann mir keine Tonics herstellen? Ach, weil ich keine Lente in Blossoms mitgenommen habe. Ja, die hätte ich mir vielleicht mitnehmen sollen. Oh Gott, hier ist schon wieder so da. Ah ja, okay, ich komme wieder in so ein Realm rein. Ich habe keine Energie. Okay, äh, auch halt ganz kurz noch das hier zerstören. Da wird bestimmt wieder so ein Slime hier rauskommen. Natürlich. So, ein bisschen Öl. Ähm, ganz ehrlich, ist mir jetzt egal. So, ich mache jetzt mal den Schleim hier kaputt. Oh, sehr schön. So, das durfte alles Öl sein, ne? Wir machen mal hier dreifach. Ist natürlich auch wieder super, dass ich nachts losrenne. Oh, fucking hell, alter. Wow. Alter. Yeah, okay, Carapace. Da, warum ist ein Vogel da unten drin? Äh, das ist Eisen, aber ich muss erst mal hier... Ach, jetzt ist er eingesperrt. So. Crit. Okay, ich habe irgendeine Verbrennung oder sowas. Das sieht auch aus wie ein Baum, den ich sammeln kann. Gut, wir sammeln aber erst mal ganz kurz hier das Copperohr. Ja, geblockt. Geblockt. Ah, okay, man muss noch ein bisschen die Schritte rauskriegen. So, was ist das? Ashberry Plant. Also eine Arschbeere. Oh Gott, was? Mein Inventar ist voll? Äh. Äh, äh, puh. Ähm. Voll, ich bin gerade mal fünf Meter weit gelaufen. Mein Inventar ist schon voll, alter. Was für eine Copperohr da. Und hier ist ein Teleporter? Ähm. Was brauche ich denn nicht? Wein fliegt mal raus. Ich würde eigentlich auch den... Äh, die Bäume hier mitnehmen. Na, herzlichen Glückwunsch. So, dann müssen wir hier oben auch ein bisschen was wegrupfen. Alter Schwede, was für ein Copperohr da. Wahnsinn. Äh, ja. Ich hoffe, wir kommen hier noch hoch. Wo kommt der... ...Slamy gleich hier runter. Ah, okay. Fireball. Sorry, Bert. No. Bert, Bert. Lightning Crystal. Interact. You begin to uncover an abandoned path. Eins von drei. Kann ich mich jetzt hier auch teleportieren? Ah, cool. Kostet mich... ...ein Kristall. Also, wenn ich jetzt Kristalle sammle... ...dann... Hallo? Dann kann ich mit denen quasi travelen. Das ist cool. Okay. Gut, dann travelen wir mal nach Hause. Mit you. Und... ...travel to... ...Primus... ...Crystal. Kann ich den umbenennen? Ah, ja. Ähm... ...wir nennen den mal... ...Homebase. Ne? Damit wir wissen... ...attune. ...dass die Homebase ist. So, Realms haben wir nicht. Rifts haben wir nicht. Local haben wir. Ja, quasi nur von unserem Planeten. Ähm. Warum sind denn jetzt hier schon wieder irgendwelche... Alter. Alter, das macht mich wirklich verrückt hier. ...dass auf meinem Dach... ...immer... ...irgendwelche Viecher spawnen? Was? Warum seid ihr denn jetzt in meiner Wohnung? Och, Kinders. Ah, Freddy sterbt gleich. Mann. Ist hier wieder ein Realm aufgegangen. Oh, Alter. Mann. Das gibt's doch nicht. Wie kann ich das denn absichern? Ich mein, ich hab mir hier schon überall Lichter hingestellt. Weg. So, danke. Oh, Mann, Alter. Überall hast du nur Probleme mit irgendwelchen Viechern. So, Special Loot Box. Obwohl, das mach ich mal, äh, zwischen den Folgen einfach. Und dann werden wir in der nächsten Folge, also sprich übermorgen, ähm, einfach weiter Richtung Osten ziehen. Und dann mal schauen, was dieser Weg da für uns bereithält. Ich freu mich drauf. Hoffe ich auch. Und bis dahin sag ich vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein bei einer Folge Kria. Bis dahin, ciao und tschüss.